Der nächste Schritt im DFB-Pokal ist gemacht, jetzt kommt die Auslösung für den nächsten Gegner. Wir wollten von den Fans mal wissen, auf wen sie denn am liebsten treffen würden. Ich hätte 1. Herbst für Köln, wenn die weiterkommen. Ich komme nämlich aus Köln, aber ich bin ja eiserner Löwe. Ja, die Roten, das wäre schwer für uns, muss ich nicht haben, im Endspiel ja. Wenn nicht gerade Bayern ist, dann ist mir alles recht. Am liebsten wären wir eigentlich, wenn wir gegen Bayern spielen würden oder gegen Augsburg, gegen einen besseren Gegnergleich von der ersten Liga, bevor wir gegen einen schlechten spielen, der war in der zweiten Liga, oder noch niedriger. Weil da ist es auch schon schwer zu spielen eigentlich. Das wären wir eigentlich das Liebste.